Bobby McGee war unser Lied, das Lied meiner damaligen Frau und mir und nach unserer Trennung gab es Momente, wo wir uns in der Kneipe trafen, getrennt vom Tisch und wir zur Musicbox, die es damals gab, gingen und jeder drückte dann E4. E4, das war Bobby McGee. Musik 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 Danke schön, danke.